Locate the Biohazard Container Firmheit, dann sind wir da zusammen Ja, jetzt Das kann man euch ja nicht an tun, das zu zeigen, Alter Jetzt macht doch einfach mal meine Kamera kaputt Kommt schon, Leute Ähm, gut Ich habe mir noch keinen neuen vom eigenen Geld gekauft Keinen neuen Helden Äh, hier Operator, nicht Helden Aber ich habe mir Blackbeard gerade gekauft Ähm, von meinem Geld, das ich mir erspielt habe Deswegen, ich habe halt noch keine Aufsätze und alles Das ist meine erste Runde, die ich mit dem Spiel Ich werde hier mal Ich muss mal gucken, wie das überhaupt funktioniert So, das habe ich jetzt, wie es aussieht, habe ich zwei immer Okay, interessant, gut zu wissen Äh, ich muss halt noch ein bisschen spielen, dass ich mir die Ausrüstung freischalten kann und alles Ich habe jetzt noch 300, äh, übrig von der Währung Da ist jetzt nicht allzu viel Und, äh, ich muss mal gucken, ob ich mir die anderen kaufe Ob ich das Geld technisch hinkriege Denn, ähm Ich war, ja, ein bisschen abhandengekommen mit dem Geld Ähm, was an einem Geburtstag von einem guten Kumpel lag Da mussten wir halt, musste ich halt ein bisschen reininvestieren mal Und, ähm, deswegen Fehlen mir jetzt halt ein paar Euro, die ich gebraucht hätte dafür Aber, das ist, äh, eigentlich kein Problem Okay, Enemy Detected Outside So Ah, da fehlen mir halt ein paar Euro jetzt Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege Denn es kommen ja noch viele andere Spiele Die ich mir auch gerne holen möchte Deswegen Muss ich da mal gucken Habe ich da hinten jemanden gesehen Ich weiß es gerade nicht Ja, Junge, fahr doch einfach mit der Kamera vor, Mann Hier links ist, okay, hier links ist zu Interessant Okay Muss jetzt vorsichtig vorgehen Liegt hier irgendwo einer, da hinter dem Schild Niemand Da ist auch niemand Komm, renn hier mal längs, Junge Okay, dann nicht Moin Okay, das war relativ easy Ähm, ich wusste gar nicht, dass wir einen Container haben Ich dachte, wir müssen da eine Geisel rausholen Okay, gut, da Easy gegen das Sofa geklatscht Das war geil Ähm Ja, das lief doch ganz gut So, dann muss ich mal gucken Womit spiele ich jetzt Soll ich alles Wegmuten Könnte ich eigentlich machen, oder? Oder die Wände Ja, ich verstecke die Wände Dass die da Äh, nicht durchkommen Nitro Cell Ne, da Oder Oder Nitro Cell Komm, ich nehme mal Nitro Cell mit Okay, die Jungs von in dem Meeting Room Da können wir gerne hin So Erstmal alles zumachen hier Ja, also wie gesagt Ähm, es kommen halt noch hammer viele Spiele raus Und ich muss gucken, wie ich da mit dem Geld hinkomme Fuck Wie ich da mit dem Geld hinkomme Ähm Ob ich mir dann auch noch die anderen Operator holen kann Geldtechnisch So, die sind alle gesichert Hier fährt eine Drohne rum Ach ne, ich bin auch so schlecht Den Drohnen abschießen Komm, jetzt bleib einfach dran Irgendwann muss sie sich ja verstecken Ach, scheiße Wo ist sie hin? Ach, fuck, alter Gut, äh Das lief nicht so Oh Oh, 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 oh Hoppala Ich treff sie grad nicht Oh, oh Aua Die Drohne, alter Ich bin so schlecht in den Drohnen abschießen Ich kann das halt überhaupt nicht Ich bin da richtig schlecht drin Ich weiß gar nicht Hat dich jemanden getötet mit meinen Nitro Cell? Tatsache Ich bin Killer, Jugend Ich kann einfach alles jungen Ich bin Killer, Jugend So Äh, ich weiß nicht Kommt von da einer? Okay Gut Ich hatte was von rechts gehört Das war dann wohl der Oh, da ist noch einer Wo will er denn hin, alter Der guckt sich nicht mal um Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen ruhiger war Ich musste, äh Der Typ hat mich einfach entverwirrt Ja gut Ähm, kann man mal machen So, ich will Blackbeard nochmal spielen Ähm, das ist semi-automatisch Das ist semi-äh, das ist automatisch MK17CQB Aber ich muss sagen, dass mich die Waffe Ein bisschen an eine ACR erinnert Nur hat die 10 Schuss weniger als eine ACR Ne, Moment mal Der will ja nicht Ich geh mal mit ihm hier Glass wird bestimmt von außen versuchen Was wegzusnipen Wär zumindest logisch So, und wir suchen hier jetzt mal den geilen Kasten Okay, es sieht nicht so aus, als wäre er hier unten Ne Das hätte ich schon mitbekommen Oh Schüsse da hinten Naja, wohl Nice Dann müssen wir mal schnell hin Oh, scheiße Die muten schon alles Also Mute haben die anscheinend täglich dabei Moment mal Ich will mal Ich, ich will Gucken, ob da Oh, 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 oh Okay Wo ist der gemutet? Okay, hier nicht Gut, dann stelle ich mich mal erstmal da hin Und, äh, dann gucken wir gleich mal Wartet doch mal Wartet doch mal Jungs, Jungs Geh, geh da weg Geh da weg Geh da weg Ich bin noch viel besser dafür gerüstet Okay, fuck auf, Alter Pass auf, da ist irgendwo C4 Weiß aber nicht, ob wir den Mute hat C4, ne? Okay, Mute haben wir aber schon getötet Das heißt, der Das C4 ist dann nutzlos Soll ich erst gucken, Junge? Ich kann machen, Junge Also lass mich gucken, Junge Okay, was hat er denn jetzt aufgemacht? Alles klar, er macht einfach alles auf hier So, den hab ich Oh Er ist nicht so geil, ne? Ja, ich stell ihn mal auf, den Jungen Alles klar Das war's Fick dich, Bob, war ja Junge Oh, da war auch noch ne Fallmatte Wo wollte ich denn ganz hin, Alter? Er hatte Bock Er hatte richtig viel Bock, Junge Irgendwie hab ich's momentan voll mit dem Jungen Ähm Hm Was machen wir denn diesmal? Diesmal, diesmal, diesmal Wollen wir diesmal ein bisschen offensiver verteidigen? Könnte man gut machen, oder? Das könnte man gut machen, Junge So Ein Franzosen, ein Amerikaner Alter, wir haben von jedem einen, oder? Also, ne Geht ja gar nicht mehr, aber Wir haben halt viele Nationen dabei So Man kann ja gar nicht mehr von jedem einen haben Das sind ja mittlerweile zu viele Aber irgendwie aufs Leben Land, was halt vertreten ist Ich mein, die Nevisit sind ja auch Amerikaner Von daher Aber wir hatten keinen Brasilianer dabei Jawohl, endlich mal was getroffen Hier drohen technisch So Wir versuchen diesmal mal den frechen Fisch So nähe ich die Taktik Den frechen Fisch Und äh Gucken mal, ob wir irgendwie Jemanden wegholen können So Da gucken wir Das ging fix Aber ich glaube, das war einer von mir, oder? So Hier ist alles ruhig Ich habe links gerade was gehört Okay, unter mir rennen glaube ich welche Irgendwo rum Oh Okay, da Bam Was habe ich da denn runtergeschossen, Alter? Oh Alter Leck 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 Ernsthaft 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 Wow 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 Ein riesiges Wow, Alter Lysion Gut So Was ist hier jetzt los? Op4 Eliminiert Mission Successful Ja Jetzt Zeig mir doch mal was, Alter Okay Gewonnen Sehe ich auch so Was Was Hä Ah Bin ich wieder in die Runde reingekommen, die ich gerade gespielt hatte Ah Okay Also ich bin wohl rausgeflogen, aber sonst Gut Gewonnen Flawless Victory Sechs Siege Nicht ein Tod Wir sind Killer Sechs Siege Sechs Kills Meinte ich Sechs Siege Ähm Gut Ich verabschiede mich hier Ich hoffe, es hat euch gefallen Auch wenn das gerade ein bisschen verwirrend war Ähm Und dann sehen wir uns auch hoffentlich In der nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss